Herzlich willkommen für alle, die jetzt grob nachträglich dazu gekommen sind zu unserem heutigen Thema. Was brauchen Veganer und Vegetarier, um sich rundum fit zu fühlen? Ich möchte hier kurz mal auf die rechtlichen Hinweise eingehen, die eigentlich ganz wichtig sind. Und zwar, dass in diesem Vortrag enthaltene Informationen nur als Information dienen und nicht als Beratung. Die müssen Sie bitte über einen Arzt abklären und es sind auch keine medizinischen Anweisungen. Ebenso ist der Inhalt nur zur Wissensvermittlung gedacht und nicht mehr als eine Wissensvermittlung auf dem heutigen Stand. Bitte gehen Sie entsprechend zu Ihrem Therapeuten oder zu Ihrem Arzt, wenn Sie ganz konkrete Angaben benötigen. Das Befolgen der Empfehlung erfolgt eben auf eigene Gefahr und in eigener Verantwortung. Zu unserem heutigen Thema ist es ganz interessant, sich mal damit auseinanderzusetzen, woher wir eigentlich kommen. Und da habe ich ganz interessante Informationen gefunden. Wenn wir so zwei Millionen Jahre zurückgreifen oder zurückgehen in unserer Entwicklung, als wir quasi von den Australopithokäden in den Hormoniten gekommen sind oder geworden sind, da waren wir hauptsächlich Fleischfresser gewesen aufgrund der Tatsache, dass wir eben hauptsächlich terrestisch gelebt haben, also mehr im Wald gelebt haben. Und wir haben uns auch von Fischen schon bereits ernährt oder auch von Molusten. Und das ist wichtig auch im Hinblick auf die Entwicklung des Gehirnes, weil durch die dort enthaltenen Omega-3-Fettsäuren wir tatsächlich einen sehr großen Sprung gemacht haben, was jetzt die Gehirnentwicklung anbelangt hat. Die hat sich nämlich tatsächlich verdoppeln können, allein durch die eine Fettsäure DHA, die eben hauptsächlich in diesen Molusken vorliegt und die zu 60 Prozent unseres Gehirns ausmacht. Das sage ich jetzt schon mal im Vorfeld, das ist für Sie mit Sicherheit auch vielleicht bekannt, aber wem es noch nicht bekannt ist, möchte ich hier gleich schon mal den Anker setzen. Achten Sie immer grundsätzlich darauf, dass Sie genügend Omega-3-Fettsäuren haben. Wenn ich das schon als Message heute rüberbringen kann, dann bin ich schon mal sehr froh, weil wir tatsächlich das heutzutage eigentlich fast nirgendwo mehr in der Konzentration bekommen, die wir eigentlich benötigen. Einfach um auch die Gehirnfunktion, die Augenfunktion, die Semia-Funktion aufrechterhalten zu können. Dass man diesen Punkt, weil wir kommen tatsächlich aus der Savanne ans Meer und sind dadurch quasi dann zu diesem Sprung zum Hominiden geworden, wenn Sie so wollen. Als dann auch in dieser Zeit sozusagen noch viele Bienen vorhanden waren, was ja leider heute nicht mehr so der Fall ist, muss man ehrlicherweise sagen. Hat sich also unser Vorfahrer auch wirklich von Bienen, von Bienenhonig und den darin vorhandenen Larven oder auch Proteinverklumpungen von dem Harz, was ja die Bienen bauen, ernährt. Was also eine gute Quelle für Proteine, aber auch für Fette bereits war. Und natürlich klar, bis zu 95 Prozent hat der Honig natürlich Zucker, Zuckerverbindungen. Und da hat sich unser Vorfahrer seine Kohlenhydrate mehr oder weniger hergeholt. Dann ungefähr vor fünf Millionen Jahren hat unser Vorfahrer dann das Feuer entdeckt und konnte daraufhin auch das die Nahrung erhitzen und entsprechend auch besser ausbeuten, was die Energiezufuhr dieser Nahrung anbelangt. Das heißt, er konnte sich viel mehr von der Energie des Fleisches holen, um das Gehirn noch mehr zu entwickeln. Es ist aber trotzdem nicht gesichert, ob wir jetzt hauptsächlich, sagen wir mal, omnivoren sind, also die, die alles fressen, weil es gab in der Evolution auch Teilentwicklungen, die sich zum Beispiel nur von Aas ernährt haben oder die sich zum Beispiel nur von Knollen und von Gemüse und so weiter, was da halt Gemüse kann man noch nicht nennen, aber zumindest mal von dem, was da wuchs ernährt haben. Und also muss man einfach konkret sagen, im Grunde ist unser Gebiss für sowohl Fleisch, Proteine aus dem Fleisch als auch Faserstoff und so weiter gut ausgebildet, sodass wir eigentlich alles essen könnten. Warum also das heutige Thema? Vegetarische Ernährung, vegane Ernährung wird also immer wichtiger, weil wir natürlich unsere CO2-Emissionen aufgrund von zu viel Tierzucht versuchen zu verringern und natürlich, weil Menschen aus religiösen, ethnischen und sonstigen Gründen, da gibt es sehr viele Gründe, entsprechend auch das verändern wollen. Also was haben wir heute tatsächlich für eine Ernährungsform, wenn wir jetzt mal von den omnivoren weggehen, dann haben wir heute eigentlich, wenn wir jetzt mal speziell die Vegetarier anschauen, verschiedene Vegetariertypen. Da haben wir einmal die Flexitarier, die also praktisch ab und zu mal Fleisch oder Fisch und oder Fisch essen oder auch mal Eier und Milchprodukte sowie Honigprodukte zu sich nehmen. Wir haben dann die Pescatarier, die also vom Pescat der Fisch hauptsächlich Fisch essen, also statt Fleisch dann Fisch und alles andere eben auch. Dann wenn wir die Ovolacto-Vegetarier betrachten, da steckt es schon drin, von Ei und von Milchvegetarier, die also beides essen, sowohl Milch als auch Eier, aber eben keine Fleisch- oder Fischprodukte. Dann haben wir die Rhein-Ovolacto-Vegetarier, die eben entsprechend nur Ei essen und den Rest Milchprodukten eben weglassen und dann haben wir die Laktovegetarier, die stattdessen eben Milchprodukte essen und das Ei und Eiprodukte weglassen, natürlich auch die restlichen Dinge weglassen wie Fleisch und Fisch. Und dann haben wir die reinen Veganer, die reinen Veganer, die wirklich absolut pflanzlich sich ernähren und das heißt dann auch, dass sie keinerlei Produkte, auch tierische Herkunft, sei es jetzt Honig, sei es auch in Kosmetika, wo man zum Beispiel dann meinetwegen Hyrolon einmacht aus dem Haarenkamm, ja, wenn man mal ein Botox, bis man nicht Botox, sondern Hyrolon-Unterspritzung denkt, sowas machen die alles nicht. Also das heißt, die nehmen auch keine Lederwaren, die benutzen eigentlich nur pflanzliche Produkte. Das ist vielleicht mal ganz wichtig zur Unterscheidung, weil natürlich entsprechend, je nachdem von welcher Art Typen Veganer wir sprechen, beziehungsweise Vegetarier wir sprechen, wir auch unterschiedliche Mikronährstoff- Zusammensetzung und auch Makronährstoffzusammensetzung haben, die wir natürlich berücksichtigen müssen. Interessant ist, dass wir im Jahr 2015 vom Vegetarischen Bund Deutschland knapp 8 Millionen Menschen verzeichnen konnten, die bereits auf den Fleisch- und Fischkonsum sowie tierische Produkte an sich verzichtet haben. Wenn wir dann mal weitergehen, ich habe hier eine Statistik gefunden von 2021, dann haben wir mittlerweile doppelt so viele Vegetarier, nämlich von 5 auf 10 Prozent, die sie in den letzten zwei Jahren sozusagen, also beziehungsweise von 2015 auf 2020, kann man es jetzt nicht beziehen, sondern wirklich die letzten ein bis zwei Jahre verdoppelt haben, also 2019 auf 2020. Und ich finde es sehr interessant zu schauen, wenn wir jetzt mal hier den Fleischverzicht international berücksichtigen versus den, was Deutschland anbelangt, leider habe ich für Österreich jetzt keine Daten diesbezüglich gefunden, dann sieht man doch eindeutig, dass Drittweltländer oder auch Schwellenländer doch sehr viel mehr Vegetarier sind und Veganer sind. Ganz, ganz oben ist Indien, übrigens auch Israel. Und Deutschland kommt ungefähr mit, wenn man das zusammenzieht, Vegetarier und Veganer sind auf 10 Prozent. Und was interessant ist, dass in Österreich wir eigentlich von den, ich sage jetzt mal, knapp 1,3 Millionen Deutschen nur 80.000 in Österreich als Veganer betrachten können. Wahrscheinlich erhöht sich das aber auch demnächst, weil der Trend zum Vegetarismus, Veganismus doch tatsächlich stark angezogen hat. Und ich habe tatsächlich vor zwei Tagen eine interessante Sendung gehört zu diesem Thema, die als Credo hatte, dass die Umsatzzahlen für die Fleisch-, also beziehungsweise Wurstprodukte zum ersten Mal durch die Umsatzzahlen von Wurschersatzprodukten, also zum Beispiel Burger aus Erbsen oder Lupinienprotein, übertroffen hat. Das heißt, wir haben tatsächlich jetzt einen so großen Zuwachs zu verzeichnen, dass man sagen kann, ja, Wurstprodukte sind ins Hintertreffen gekommen. Was sind also die Vorteile tatsächlich? Von einer Fleischkost auf eine vegetarische oder auch rein vegane Kost umzustellen. Die Vorteile kann man eigentlich ganz kurz zusammenfassen, dahingehend, dass wir durch die Obst und Gemüsesorten, die hoffentlich sehr, sehr vielfältig, sehr bunt und im frischesten biologisch hergestellten Zustand zu sich genommen werden. Alle Vitamine und Mineralstoffe und auch sekundäre Pflanzenstoffe wie Polyphenole, OPC und so weiter sowie vor allen Dingen Ballaststoffe zu sich genommen werden können. Wir finden aus den Hülsenfrüchten wie Erbsen, Lupinien oder Bohnen eine wunderbare Zusammensetzung von Proteinen, wenn wir sie am besten zusammen auch einnehmen, also zusammen auch vermischen, also nicht nur reine Erbsen oder nur reine Bohnensuppe, sondern am besten eine Kombination aus beiden. Darauf gehe ich aber kurz nachher noch ein. Und natürlich haben wir Pseudogetreide, wie zum Beispiel Hochweizen oder Quinoa, was um einiges Eiweißreicher ist als das normale Vollkorngetreide, was man so aus Weizen, Robben, Winkel, Kamut und so weiter kennt. Wir haben zum Beispiel, ich habe hier bewusst mal die Süßkartoffel genannt, weil diese einfach viel mehr Polyphenole, das sieht man schon an der Farbe, hat. Und wir haben durch die Pilze zum Beispiel sehr viel Beta-Glucan, was ein sehr guter Ballaststoff ist, der gut für unser Mikrobiom wiederum ist. Das heißt, wir haben hier viele komplexe Kohlenhydrate und Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe. Durch Nüsse, durch Saaten, durch Samen bekommen wir alle wichtigen Mineralstoffe wie Eisen, Zink, Magnesium, Calcium, wenn wir das in ausgewogenen Form zu uns nehmen. Und wir haben die verschiedensten Öle. Da sei mal das Leinöl für die Alpa-Lenovel-Säure genannt, genauso wie das Lein-Dotter-Öl, was ich so noch präparieren würde, was einfach noch höhere Konzentration an den sogenannten ALA hat, sowie Hanföl, Arganöl oder auch vor allem das Algenöl oder auch gereinigtes Fischöl, wie auch immer. Die liefern eben hauptsächlich die ganz, ganz wichtigen langkettigen Omega-3-Säuren sowie Polyphenole. Wenn wir dann weitergehen und uns mal den Vergleich anschauen zwischen Vegetariern zu den Fleischessern, den Karnivoren, dann findet man in der Wissenschaft doch einige gute Ansatzpunkte dahingehend, dass wir signifikant reduzierte Mortalitätsraten reduzierter Form bezüglich Kreislauferkrankungen, Erkrankungen, Herr Kresshoferkrankungen, aber auch andere Erkrankungen um bis zu 25, 30 Prozent haben. Also wenn wir uns vegetarisch ernähren, sind wir auf jeden Fall diesbezüglich schon mal einiges gesünder. Wir haben eine geringere Prävalenz von Bluthochdruck und von Übergewicht, auch viel weniger Adipositas. Also schweres Übergewicht findet sich bei Vegetariern wie einmal ein halb so hohes Risiko für einen Typ-2-Diabetes. Und wir haben auch eine viel geringere Prävalenz bezüglich Krebserkrankungen. Und in einer Studie, die gerade vor zwei Jahren veröffentlicht worden ist, konnte man eben das hier auch noch mal ganz deutlich zeigen. Hier hat man auch gesehen, dass eben der Unterschied zwischen Veganern und Vegetariern doch noch mal deutlicher ist. Das heißt, die Veganer haben bis zu 19 Prozent reduziertes Krebsrisiko, Vegetarier ungefähr bis zu 11 Prozent. Und hier natürlich auch ein geringeres Risiko für allerlei Arten von chronischen Erkrankungen und insgesamt eine geringere Sterbewahrscheinlichkeit, wenn man sich vegetarisch oder vegan ernährt. Auch hier nochmal eine ganz neue Studie aus dem gleichen Jahr 2019, wo man hier nochmal ganz deutlich sieht, eine Reduktion von kardiovaskulären Risikofaktoren. Aber auch hier sagen, man muss es ehrlicherweise auch nochmal in viel größeren prospektiven Studien überprüfen. Wir sehen aber hier auch, dass Vegetarier ein geringeres Risiko haben, um ein Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu versterben. Aber man hat hier auch festgestellt, und da kommt es jetzt auch gleich auf unser eigentliches Thema, Vegetarier haben tatsächlich geringere Eisenwerte und entsprechend auch höhere Risiken für Anämien, insbesondere für premenopausale Frauen. Und man sagt hier auch eindeutig nach diesen Studienergebnissen, dass Veganer auf jeden Fall B12 substituieren sollten, weil das ist ein Vitamin, welches man nur über die Nahrungsmittelfleischinnereien zu sich nehmen kann normalerweise. Und da gibt es immer ein Defizit grundsätzlich. Man kann auch sehen, dass die Veganer auf jeden Fall ein höheres Risiko haben, Eisenmangel aufzuweisen, aber vor allen Dingen auch Kalziummangel aufweisen. Das sieht man hier auch und entsprechend eher erhöhte Frakturen aufgrund von Osteoporose oder Osteomalazie, also Erweichung der Knochenstruktur, aufgrund von Kalziumdefiziten, aber auch K, Vitamin K-Defiziten haben. Und auch Eisendefizit auf jeden Fall zu einer Anämie führen kann. Da sagt man auch schon mal ganz klar, ja, man muss hier ganz genau die Ernährung zusammenstellen, um da Mikronährstoffe bestmöglich über die Nahrungsmittel aufzunehmen oder gegebenenfalls auch zu substituieren. Und was sind die Vorteile der veganen Ernährung hinsichtlich dem Vergleich zur vegetarischen Ernährung? Also vegan, absolut ohne jegliche Milch und Eiprodukte, ohne Honig und Sonstiges. Da haben wir die gleichen Vorteile logischerweise wie bei der vegetarischen Ernährung, aber, und das ist ganz interessant, es hat eine viel geringere Regenerationszeit, wenn man Sportler jetzt mal in den Studien betrachtet hat. Und diese Sportler zum Beispiel haben auch viel weniger so kleinen Rissverletzungen in Muskeln, also Nervenfaserrisse sind da viel geringer und auch viel schneller regenerierfähig. Und, das ist eine ganz interessante Aussage, weil ich hier unterschiedliche Studien und Aussagen mal verglichen, diese Aussage, dass auch ab dem Säugensalter man durch, also auf eine vegane Ernährung umstellen darf, kommt von Professor Markus Keller. Das ist der Arzt, der als allererster Professor das Institut für alternative und nachhaltige Ernährung gegründet hat und der erste Lehrstuhl für alternative Ernährung innehat. Und er hat das tatsächlich mit ganz vielen Säuglingen und Kindern im Kindergarten und im Schulalter mal überprüft und bis auf B12 sagte er, kann man durchaus, wenn man das sehr, sehr gut kombiniert und die Eltern auch sehr gut beraten werden, kann man durchaus durch eine vegane Ernährung auch im Säugnisalter den Säugnis so gut versorgen, dass er eigentlich fast nichts mehr braucht. Hier nochmal auf die Regenerationsteil zurückzukommen, ist ganz spannend. Sie kennen vielleicht die Frau Gerlinde Kaltenbrunner, nämlich eine faszinierende Frau. Ich habe schon mehrere Interviews mitverfolgt. Sie ist seit elf Jahren Veganerin und hat es tatsächlich durch ihre veganische Ernährung geschafft, ihren Kollegen sozusagen fitter und schneller auf den Berg beruht. Ja? Entschuldigung, aber bei dir ist noch immer das Herzen ein Willkommenblatt. Ich habe gedacht, das steckt jetzt nur bei mir. Oh, ich bin schon auf Folie 12. Kannst du noch kurz schauen? Wer soll ich denn schauen? Ich bin auf Folie 12. Fragen wir mal die Teilnehmer, soll ich jetzt einfach weitermachen auf der Seite 11, weil sie haben ja mich alle schon gehört, oder sollen wir nochmal die Folien zeigen? Weitermachen, schreiben die Frau Sturrung. Alles gut, dann gehen wir mal, jetzt weiß ich gar nicht mehr, welche Folien ich habe. Das hoffen wir mal, jetzt sind wir hier mal bei. Oh Mann, okay. Also ich war glaube ich bei der Frau Kaltenbrunner stecken geblieben, korrekt. Gut. So, jetzt kannst du wieder raus, oder? Gut. Könnte mich jetzt jeder hören und kann auch jeder das richtige Bild sehen? Ich hoffe jetzt einfach mal. Gut. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Veganer sind super fit, weil sie sehr schnell regenerieren können. Sie haben viel weniger Muskelermüdung und Muskeltraumata. Das geht viel besser, was das anbelangt. Und entsprechend ernährt sich die weltberühmte 14.8000er durch kleineren Frau Kaltenbrunner tatsächlich nur noch vegan. Aber wir haben natürlich auch Nachteile. Und die Nachteile sehen wir erstmal hier in der Versorgungslage, der ganz normalen Versorgungslage von Menschen, die alles essen. Das bedeutet, dass wir hier einfach schon mal eine Versorgungslage zwischen Mann und Frau, also zwischen den Geschlechtern unterschiedlich haben. Insbesondere was die Frauen anbelangt, sehen wir, dass die, weil sie sich meistens besser um die Gesundheit kümmern, zwar einen besseren Status haben an Vitamin D im Verhältnis zu Männern, aber sie haben zum Beispiel, wenn wir jetzt mal hier hingehen, zu Zink einen schlechteren Status und natürlich auch beim Eisen, was man hier erkennen kann. Was hier eigentlich ganz interessant ist, also hier gibt es dann eigentlich an, wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung im Grunde nicht die Normwerte erreicht. Und die Normwerte sind ähnlich wie in Österreich relativ niedrig. Das heißt, ein sehr großer Anteil der Damen hat hier zu wenig Vitamin D oder zu wenig Folat. Also wenn man hier bei 90 Prozent, vielleicht fast 90 Prozent Folat, also Folsäure anschaut, dann sieht man, dass die Versorgungslage sehr schlecht ist, insgesamt betrachtet. Und wenn wir jetzt mal noch weitergehen und das Ganze nochmal auf Veganer und Vegetarier auftröseln wollen, dann erkennen wir, dass wir insbesondere das Eisen, weil wir ja keine Fleischzufuhr haben, insbesondere Omega-3, also gerade auch bei den Veganern einen großen Defizit haben, sofern sie es nicht supplementieren. Es ist immer alles bezogen auf Nicht-Supplementierung. Wir haben einen starken Jodmangel, weil diese beiden hier bedienen sich natürlich ungetreien Jod dadurch, dass wir keinen Fisch essen oder auch keine Meeresfrüchte per se. Wir haben zu wenig Selen, wir haben zu wenig Zink, zu wenig Calcium, habe ich vorhin schon gesagt, bei den Veganern, weil sie auch keine Milchprodukte mehr essen. Wir haben auch Vitamin B2-Mangel und wir haben auch einen B12-Mangel. Das ist ja ganz, ganz elementar, der B12-Mangel, da gehe ich nachher noch drauf ein. Und auch das Vitamin D. Dann insgesamt aber auch haben wir einen Mangel an Mikronährstoffen wie Bohr, Chrom und Magnesium, die unter anderem für alle gelten. Magnesium ist bei Vegetariern meistens nicht so das Problem, weil wir das durch die dunkelgrünen Gemüsesorten sehr gut eigentlich haben. Aber wir haben auch öfters mal einen Mangel an K2. Das hat zum Beispiel der Professor Keller, von dem ich vorhin sprach, hat Professor Dr. Markus Keller auch ganz schön in einer sogenannten Giesener veganen Ernährungspyramide mal zusammengestellt. Also quasi Veganer essen, können Sie gerne auch mal nachschlagen. Wichtig ist einfach zu wissen, dass wir viele Mikronährstoffe haben, die jetzt nochmal bezüglich der verschiedenen Vegetariertypen aufgegliedert sind und dann entsprechend sich auch hier widerspiegeln. Denn wenn wir eben entweder Ernährung noch mit Eiern und Milch haben, dann haben wir eine andere kritische Nährstoffversorgung, wie wenn wir jetzt zum Beispiel die Laktor-Vegetarier anschauen. Aber wie man erkennen kann, eigentlich ist es immer das Gleiche. Es fehlt B12, es fehlt Eisen, es fehlt Zink, aber auch gutes Eiweiß. Man darf nicht vergessen, das Eiweiß ist super wichtig, auch für jede einzelne Zelle, für jeden Zellbaustein und insbesondere auch für das Immunsystem. Und oftmals haben wir bei Vegetariern und Veganern eben hier nicht ausreichend Eiweiß versorgen, sondern mehr eine kohlenhydratlastige Ernährung. Das heißt, es birken sich verschiedene Risiken, sowohl für Vegetarier als auch Veganer. Insbesondere die Anämien, einmal aufgrund des Eisens, aber auch aufgrund des B12-Mannes, aber auch aufgrund des Folsorermannes durchaus. Wenn das nicht alles vorhanden ist, können wir da einfach verschiedene Typen von Anämien, also Blutarmut bekommen. Hypotonie, ganz deutlich. Osteoporosa hatte ich vorhin angesprochen, da kommt ein Kalziummangel, insbesondere bei den Veganern. Aber auch, weil wir zu wenig B12 haben und auch vielleicht zu wenig Vorsäure haben, insbesondere auch hier einen erhöhten Homocysteinspiegel. Und wie Sie wissen, ist das ja im Grunde unser Gift für die Arterien und entsprechend auch ein hoher Homocysteinspiegel ist meistens mit Herz-Kreislauf-Berkrankungen, Atersklerose, Schlaganfall und so weiter vergesellschaftet. Also hier muss man einfach insbesondere aufpassen. Dann haben wir vorhin auch schon gehört, dass die Veganer wirklich erhöhte Risiken für einen Knochenbruch haben, bis zu 43 Prozent, die ich in einer ganz neuen Studie entdecke. Das heißt, umgerechnet auf tausend Menschen, die betrachtet werden, ist ein 2,3-fach erhöhtes Risiko. Und dann insbesondere auch noch dann, wenn Veganer sehr dünn sind, was meistens eher der Fall ist. Veganer sind meistens eher schlangere Menschen als normal sich ernährende Menschen. Aber ganz wichtig, Frauen, die sowohl ein Kind erwarten wollen, also sprich noch nicht schwanger sind, aber sich schon vegan ernähren müssen, aufpassen, dann wenn sie schon schwanger sind, und vor allen Dingen danach in der Stillzeit, weil wenn sie hier nicht supplementieren mit den wichtigen Nährstoffen, dann kann es zum sogenannten Kleinwuchs kommen, aufgrund Kretinismus zum Beispiel, wenn zu wenig Jod vorhanden ist und die Schilddrüse nicht richtig funktioniert. Dann mal ganz wichtig, es kann Verhaltensstörungen nachbleibende geben, es kann geistige Behinderung geben, es kann bis zu Hirnatrophie kommen, es kann zu Fehlbildungen kommen, es kann zu bleibenden irreversiven neurologischen Schäden beim Kind kommen, und es geht zwar bis zum Tod, insbesondere bei vegan sich ernährenden Schwangeren. Das heißt, Veganer sind im Verhältnis zu Vegetariern eher mangelversorgt, und wir haben hier verschiedenste Studien, die ich hier einfach nochmal zeigen wollte, insbesondere B12, Hämoglobin, Feritinspiegel sind niedrig im Vergleich zu Nichtveganen, und wir haben hier wieder das Problem, dass wird es durch eine vegane Ernährung einfach so per se, was jetzt die wichtigen Mikronährstoffe und Vitamine D und B12 und auch Omega-3 anbelangt, nicht abgedeckt werden können. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt auch, man darf auf keinen Fall vegan sich ernähren, wenn man schwanger ist, und auch für Kinder und Jugendliche hereinwachsen, sollte man keine vegane Kost eigentlich zu sich nehmen. Das ist an dieser Stelle schon mal gezeigt, eine interessante Großstudie von Kindern im Alter von 5 bis 10, von denen so 63 vegetarisch, 52 vegan und 72 Allesesser sind. Da konnte man eindeutig sehen, dass wir hier insgesamt geringere Knochenmasse, also Born, Mass und Größe im Vergleich zu Omnivoren, also Allesfressen tatsächlich nachweisen konnten. Das ist eine ganz neue Studie, jetzt im Juni 2021 rausgekommen von der American Society for Nutrition. Auch hier nochmal eine Studie, die sagt, wenn man also Nahrungsergänzungsmittel nimmt, also Supplemente zu sich nimmt, oder auch Nahrungsmittel, die angereichert sind, zum Beispiel hauptsächlich ist es in den USA, aber auch in vielen anderen Ländern der Fall, da ist es wirklich so, dass Margarine, das Milch, das Butter und so weiter mit Vitamin D, mit verschiedenen anderen fettflöslichen Vitamine angereichert sind, die eben defizitär normalerweise in der Bevölkerung vorliegen. Ich selber kenne das noch aus meiner Studiumshall in den USA vor über 30 Jahren. Da hatte ich immer alles angereichert, schon damals gefunden. Das ist bei uns in Deutschland nicht Pflicht, das ist tatsächlich nur optional. Dennoch kann man erkennen, dass wir eigentlich hier tatsächlich Menschen, die befragt worden sind, sehr aufgeschlossen gegenüber Vitaminsupplementen vorfinden. Also knapp 84 Prozent nehmen tatsächlich Vitaminsupplemente in dieser doch relativ großen Stichprobe von knapp 2000 Menschen, die hier überprüft worden waren. Das ist eine Studie von 2018, wieder von dem Professor Keller gemacht. Und dass auch eben entsprechend angereicherte Nahrungsmittel verwandt werden. Ich hatte ja schon gesagt, dass der Herr Keller sehr viel an Kindern auch geforscht hat. Und er konnte eigentlich hier sagen und feststellen, dass wenn die Kinder im Grunde gut versorgt werden, nach Anpassung der Rezepte, also Rezepte bezüglich was kombiniert man mit was, um genügend gute Eiweiße, Mineralstoffe, Vitamine dem Kind zur Verfügung zu stellen, dann kann eigentlich die Referenzwerte von Deutschland, Österreich und Schweiz für die Nährstoffzufuhr erreicht oder sogar überschritten werden. Gut, ich glaube, diese Eltern und Kinder wurden sehr, sehr gut aufgeklärt, dass das tatsächlich der Fall war. Man muss aber eins wissen, dass die Dachwerte, Referenzwerte sowieso im internationalen Vergleich sehr niedrig sind. Also wenn man die FTL-Referenzwerte nimmt, zum Beispiel aus den USA, dann sind wir um einiges höher. Wie kann man aber an sich, wenn man sich vegetarisch ernährt oder vegan sich ernährt oder sich überlegt, das zu tun, überhaupt überprüfen, ob ich einen Mangel an bestimmten Mikronährstoffen habe? Nun gibt es verschiedene Mikronährstoffmöglichkeiten der Erfassung, nämlich einmal, was den reinen Mikronährstoffmangel anbelangt, kann man ein Hämatokrit-korrelierte Vollblut-Analytik machen. Da habe ich Ihnen mal hier ein Beispiel aufgeführt. Ich habe überhaupt nichts mit diesen Firmen zu tun, aber nur mal damit Sie sehen, was Sie tatsächlich selber machen können. Wir können Ihnen kein Blutbild machen lassen, Sie können auch Jod, Mineralstoffe aus verschiedenen B-Vitaminen, Seritin und so weiter, das mal überprüfen lassen. Wenn Sie jetzt nur mal den B-12-Mangel direkt anschauen wollten, dann ist es immer korrelierend mit dem Holotranspobalamin und der Methylmalonsäure, die Sie überprüfen müssten und natürlich auch den Hormosystem-Status. Ist der hoch, haben wir einen B-12-Mangel und auch entsprechend hier ist es angezeigt, dass Sie hier was tun müssten. Man sollte zum Beispiel diesen Mikro-Nährstoff, Veggie für vegetarisch, vegan, einmal im Jahr mindestens machen. Wenn man schwanger ist, würde ich das auch jedes halbe Jahr, also beispielsweise in dem Fall dreimonatlich machen, damit wir wirklich eine bestmögliche Versorgung sowohl für die Mutter als auch für das Kind haben. Und zusätzlich gibt es den Omega-3-Index, den der Professor Scharke ja ins Leben gerufen hat, wo man hier das Verhältnis zwischen Omega-3-Fettsäuren und Omega-6-Fettsäuren überprüft. Der sollte bei mindestens 8 liegen, besser noch bei 11. Und die allerwenigsten Menschen erreichen überhaupt 2, was schon immer sehr niedrig ist. Was ganz wichtig ist, nämlich ist das Eisen bei einer Pflanzlichenkost, weil ohne Eisen gibt es keine optimale Sauerstoffversorgung. Sie wissen, dass Eisen über das Hormoglobin gebunden wird und entsprechend mal in jede Zelle kommen. Und das Gleiche gilt für die Nervenentwicklung, die Blutbildung. Da brauchen wir das B12, wir brauchen das Vitamin D für die guten Knochensubstanz, Ausbau der Knochenmatrix und der Struktur an sich, aber auch für ein starkes Immunsystem. Wir brauchen das Jod für die Schilddrüse, für die gesamte Hormonproduktion. Also abhängig davon ist auch die Schilddrüse von Selen, aber auch von Zing, das natürlich auch als Antioxidantien gegen oxidativen, aber auch nitrosativen Stress. Und natürlich brauchen wir die Omega-3-Fettsäuren für jede einzelne Biomembran, also für jede einzelne Zellmembran an sich und entsprechend auch ganz wichtig bei Entzündungen. Hier ist aber an dieser Stelle vermerkt, dass wenn wir zum Beispiel Sportler anschauen, die sich vegetarisch oder auch vegan ernähren, und da gibt es ja mittlerweile immer mehr, die da auch aus dem Hochleistungssport kommen, die können tatsächlich auch noch L-Carnitin supplementieren und auch Creatinin, weil diese beiden vitaminähnlichen Strukturen zwar der Körper selber herstellen kann, aber nur, wenn er ausreichend die richtigen Proteine hat, also die richtigen Eiweiße. Und die sind dann meistens wirklich auch stark im Mangel, insbesondere bei veganischer Kost oder veganer Kost. Und natürlich, dass man schaut, dass alle essentiellen, also ein Minder- und Sonnenweck, aber selber nicht herstellen kann, zugeführt werden. Bei der veganen Kost sei noch mal darauf hingewiesen, dass wir ausreichend Kalziumversorgung, zum Beispiel bei Mineralwässern, die kalziumhaltig sind, darauf achten, oder auch besonders kalziumhaltige Saaten, Nüsse zu uns nehmen. Und dass wir gerade bei Selin und Zink, weil die sind bei veganern noch mal weniger präsent, aber auch das Vitamin A, was wir zum Beispiel normalerweise auch unangenehm im Ei finden könnten, oder auch in der Milch, ist hier eben auch nicht und entsprechend auch wieder B12 zuvor. Und hier noch mal, seit daraufhin gewinnt, die BGE, tatsächlich die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, redet von einer veganen Ernährung bei Schwangeren, Stillenden, im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter ab. Ich sage mal so, es gibt verschiedene Studien, die einen sagen was, die anderen sagen was. Meine Erfahrung ist tatsächlich, die allerwenigsten Leute kennen sich so gut aus, dass sie durch die Kombination verschiedenster Nahrungsmittel wirklich vollständig abgedeckt sind. Abgesehen davon ist unsere Ernährung, das wissen Sie bestimmt alle, nicht mehr das, was es mal noch vor 60 oder 100 Jahren war. Unsere Böden sind ausgelutscht. Wir sind ein sehr lehnarmes Land hier in Europa sowieso und dementsprechend schadet es nicht, Supplemente zu nehmen. Und ich zeige hier jetzt nur mal ein Beispiel von Eisen, weil es so unfassbar wichtig ist, welche Symptome man schon bei ganz geringem Mangel haben kann. Das ist zum Beispiel die typisch blasse Haut, das kennen Sie aber auch, dass man sich dauernd schwach fühlt, dass man sich schlapp und müde fühlt und wenn man Treppen hochläuft, schon nicht mehr richtig atmen kann, weil man fast keine Luft mehr bekommt. Herzklopfen, Herzklopfen, aber auch Rhythmus, Herzrhythmusstörungen, Schwindelanfälle, die typischen Mundlingel ergaben, kennen Sie bestimmt. Aber was ich hier ganz interessant finde, auch Depressionen können auftreten durch Eisenmangel. Und natürlich ist die Infektanfälligkeit erhöht. Dass wir Haarausfall haben von Eisenmangel, brüchige Nägel, das kennen Sie mit Sicherheit und da sollte man drauf achten, wenn man solche Patienten bei sich hat. Die Ursachen sind ganz klar, nicht nur, dass wir die vegetarische Kost jetzt anbelangt, sondern wir müssen auch mal schauen, dass, selbst wenn man sich vegetarisch ernährt, auch vielleicht andere chronische Erkrankungen, wie Magen-Darm-Störungen, Morbus-Krone, etc. pp. oder auch ständig quetzende Diäten da zugrunde liegen können oder dass wir die Damen haben, die noch ihre Mensis haben oder die regelmäßig zum Blutspenden gehen oder zum Beispiel Leute, die viel Marathon laufen. Die haben tatsächlich Eisenverlust durch die kaputtgetretenen, nicht lachen, es gibt es wirklich, kaputtgetretenen Blutzellen an allen Füßen. Und durch diese ständige 50 Kilometer laufen, auf harten Beton zum Beispiel. Dann gibt es die Resorptionsstörungen, die zum Beispiel durch Phosphate in der Ernährung vorkommen können. Ich denke da nur mal jetzt an Milch, es gibt ja auch die Lacto-Vegetarier, oder auch wenn man Schmelzkäse zum Beispiel nimmt, da sind gerne mal Phosphate mit drin, dann aber auch Gerbstoffe aus dem Tee, aus dem Wein, die Fetinsäure aus allen möglichen Hülsenfrüchten oder Getreide, gerade in der äußersten Schicht. Die alle hemmen eigentlich die Aufnahme von zweiwertigen Mineralien, und da gehört das Eisen auf jeden Fall dazu, das Zink dazu. Und wir haben natürlich auch einen vermehrten Bedarf, je nachdem, wo wir uns gerade befinden. Also gerade im Wachstum brauchen wir sehr viel mehr Eisen als sonst. Dann gibt es Krankheiten, wie Tumorerkrankungen, die brauchen sehr, die verschlingen vielleicht Eisen, oder Nierenerkrankungen. Wir haben die Intoxikation mit Schwermetallen, zum Beispiel das Katnium, wenn man Raucher ist, oder wenn man sich auch viel in verrauchten Räumigkeiten auffällt, also auch als Passivraucher durchaus, kann man schwerer Katnium belastet sein, aber auch Blei, wie auch immer, durch Nahrungsmittel Nahrungsmittel oder auch durch Bleirohre und so weiter. Hier sei gesagt, auch Oxalate zum Beispiel aus den Nahrungsmitteln an sich, aus grünen Nahrungsmitteln, wie zum Beispiel Spinat, oder aus Spargel, Mangold, rote Beete, auch der Rhabarber. Oxalsäure selber bindet auch gerne Eisen, bindet auch gerne Zink. Genauso die Polyphenole aus dem schwarzen Tee, oder aus dem Kaffee, auch der Kräuter Tee an sich. Alles, was sozusagen Polyphenole beinhaltet, die schnappen sich gerne das Eisen und dann wird es quasi wieder unverdauert ausgeschieden. Aber auch, und hier ist ein wichtiger Punkt, Medikamente. Es gibt Aspirin, das nimmt ja wieder einmal wieder ein bisschen zu sich, oder Schmerzmittel, Antiromatika, die alle können auch zu einem Eisenmangel führen. Und last but not least, auch Kumilch an sich, also praktisch das Casein komplexiert Eisen, sodass das gar nicht aufgenommen werden kann. Also gerade für diese Laktor-Vegetarier, die ja durchaus Kumilch oder Kumilchprodukte zu sich nehmen. Hier mal ein Beispiel, also eine ganz neue Studie von diesem Jahr, die da zeigt, dass eben die Phytate, also das Phytinsäure, das ist das Salz der Phytate, also Phytate ist das Salz der Phytinsäure, tatsächlich die Eisenresorption hemmt. und zwar bis zu 70 Prozent und bei 10 sind es bis zu 35 Prozent. Wenn man jetzt betrachtet, die reine pflanzliche Kost, ja, im Vergleich jetzt zu Menschen, die alles essen, also auch Fleisch essen, haben wir tatsächlich hier eine viel geringere Aufnahme. Abgesehen davon haben wir auch Eisen im Fleisch in einer anderen Wertigkeit vorliegen als in der Pflanze, sodass also das schon mal viel schlechter aufgenommen wird aus der Pflanze, das muss man einfach auch wissen und entsprechend sollten also hier Vegetarier auch sich supplementieren und trotz, dass eben auch Vegetarier sich supplementieren, wurden hier Eisenverluste notiert. Also es ist ganz wichtig, dass man sich da wirklich regelmäßig einmal und gar mindestens auch einen, eine Diagnostik macht, wie die Zusammenhänge der Mineralstoffe in meinem Blut sind. Wir haben gesagt, Eisen ist wichtig für Sauerstoffübertragung, aber auch für die Bildung der Erythrozyten und es ist also sehr wichtig für den Energiestoffwechsel und für den Genialstoffwechsel, ebenso wie für das Immunsystem und für jede einzelne Zellteilung. Ich habe jetzt hier in Grün immer wieder mal ein paar Informationen gegeben zum Thema, was können Sie selber aus der Ernährung zu sich führen, um in dem Fall zum Beispiel sich gut mit Eisen auch zu versorgen. Das sind so Pseudogetreide wie Amaranth, Quinoa zum Beispiel, aber vor allem Sesam, Sonnenkerne, Pinnenkerne, aber auch die Mandeln und auch die Proteinzufuhr durch Hülsenfrüchte wie Kidneybeans oder Linsen oder Kichererbsen. Die in der Kombination, also alle sind praktisch schicklich zusammen, gibt es nicht nur Eisen, gibt es auch Zink, ermöglicht auch andere Mineralienaufnahme und insgesamt, wenn Sie jetzt praktisch Eisen besser verfügbar machen wollten, den Körper, dann sollten Sie das grundsätzlich mit sauren, ob sauren Gemüse, also wirklich sauer, welches viel Vitamin C beinhaltet, wie zum Beispiel Kohlsorten, wenn sie nicht erhitzt werden oder auch mit einem Orangensaft zu sich genommen werden, dann haben Sie eine viel bessere Eisenresorption. Und hier ist auch darauf hingewiesen, dass wir auch ein sehr gutes, hochwertiges Eisenpräparat mit Vitamin C-Komplex zur Verfügung haben, dass Sie durchaus ein Curry-Eisen, ein veganes Eisen, regelmäßig zu sich nehmen, um praktisch Ihre Eisenspeicher aufzufüllen. Wir haben auch gesagt, dass B12 ein ganz stark defizitärer Vitaminstoff ist, bei sowohl Veganen als auch Vegetariern. Und interessant ist, dass aufgrund der hohen Halbwertszeit, das wirklich zwei bis fünf Jahre dauert, bis man überhaupt mal solche Mangelerscheinungen erkennen kann, wie zum Beispiel Blutarmut, die man natürlich an dem Blutbild erkennen wird, oder dass man sehr schnell erschöpft ist. Die Versorgung mit Vitamin B12 hängt nämlich nicht nur von der Ernährung an sich ab, sondern es hängt auch davon ab, wie gut Ihr Magen funktioniert. Denn im Magen wird der Intrinsikfaktor, der dann sich an das Vitamin B12 dranhängt und erst dann so quasi in die Zellen gebracht werden kann. Und wenn dieser Magen aufgrund von zum Beispiel einer atrophischen Gastritis, unter der zum Beispiel an die 60 Prozent der über 65-Jährigen in Deutschland leiden, also das ist eine große Zahl, dann wird Vitamin B12 nicht gut aufgenommen oder so gut wie gar nicht aufgenommen. Da kann ich also so viel wie möglich für B12 geben, es wird aber nicht aufgenommen. In so einem Fall müsste man wirklich dann intramuskulär injizieren, das B12 und das wird häufig bei Eltern von Herrschaften und Damen auch tatsächlich gemacht. Und zwar regelmäßig wirklich gemacht. Hier einen kleinen Tipp für die, die sich vegetarisch-vegan ernähren, gibt es die Möglichkeit durchaus, zumindest mal B12 durch die Grünalge. Bitte nicht die Blaualge, weil die hat ein anderes B12, das nicht vom Körper aufgenommen wird. Also die Grünalge, zum Beispiel die Glorella Pyrenoidosa aufnehmen, täglich einzunehmen, dann haben sie hier eine gute B12-Quelle. Interessant ist, dass der Professor Markus Keller, von dem ich vorhin sprach, auch eine Zahnpasta entwickelt hat, die tatsächlich B12 enthält und über die Saliva, über den Speichel tatsächlich direkt aufgenommen werden kann. Ist aber nicht so sinnvoll, weil man gerne auch das mal verschluckt. Und dann hat man wieder das gleiche Problem, wenn der Magen nicht genügend Intrinsikfaktor produziert, dann kann ich mein B12, was ich dann jetzt schlucke, über die Zahnpasta nicht unbedingt aufnehmen. Aber wenn man hier regelmäßig putzt, hat man trotzdem in einer Studie festgestellt, immerhin 2019 doch relativ neu, dass tatsächlich bei älteren Herrschaften sich in einer randomisierten, doppelblind, placebo-kontrollierten Studie, man eine Erhöhung der Vitamin B12 im Blut erkennen kann. Ja, und das finde ich schon beachtlich. Und man muss sich einfach informieren, man kriegt hier auf jeden Fall die Information auf dieser Seite, das ist dieses Institut für diese alternative Ernährung, die er begründet hat in Gießen. Ich finde hier eine schöne Sache. Zusätzlich können Sie sich aber auch, was jetzt zum Beispiel anbelangt, wenn der Garm so richtig gut funktioniert, müssen Sie natürlich auch mehr B-Vitamine zu sich nehmen, damit die Garmmucose wieder gut aufgebaut wird. Und da empfehle ich wirklich einerseits das B12 sublingual zu nehmen, ja, das haben wir hier in Tropfenform schön dosiert und kombiniert. Wenn Sie jetzt zum Beispiel jemanden haben, der schon einen sehr hohen Homocysteine-Wert hat, dann brauchen Sie mehr B-Vitamine und dann können Sie hier auch das Komplex B-Vitamine geben, wo Sie unter anderem B6, B12, B1 und so weiter mit drin haben, weil die Kombination nimmt dann der Körper besser auf. Ein guter Tipp für B2, wenn Sie viel Pilze oder Nüsse oder Popoli mögen, das in der Kombination liefert Ihnen schon mal viel B2, bitte nicht erhitzen, roh essen. Beim Pilz bitte aufpassen, welcher Pilz, die meisten Pilze müssen ganz kurz erhitzt werden, weil die auch Giftstoff enthalten könnten, also unter anderem auch Champignons, ja. Und in diesem Kombination Privat haben Sie eben auch die wichtige Vorsorge, die Kombination mit B12 und B6 Homocysteine wieder absenken kann. So, dann haben wir hier nochmal zusammengefasst, ich hatte vorhin schon gesagt, in der Schwangerschaft ist es absolut selbstsprechend, selbstredend, dass die Schare ein B-Komplex nimmt, auf jeden Fall B12 supplementiert. Und wenn man hier schon einen leichten Mangel erkennt, dann kann man mal beginnen mit einem Milligramm am Tag, wenn aber der Mangel zu groß ist, und das sieht man ja dann im Blutbild und Transpobalamin und Methylmalonsäure, dann muss man wirklich intramuskulär gehen, bis zu viermal ein Milligramm pro Woche und dann kann man später auch die Oralgabe, so wie hier, switchen. Denn wichtig ist, dass wir einfach die Vegetarien, Veganer gut supplementiert halten. Das ist nämlich ganz wichtig, es gibt verschiedene Typen von B12 Vitamin, ja, wir haben das Methylpobalamin, was eigentlich das wichtige Aktive ist, genauso wie das Adenosylpobalamin und diese beiden sind eigentlich tatsächlich bei uns in der Zelle aktiv. Während zum Beispiel das Cyanocobalamin, das muss erstmal umgewandelt werden, es ist synthetisch hergestellt und manche Menschen haben da Polymorphismen in der Umwandlung, also bei bestimmten Menschen ist das tatsächlich vorliegend, die können damit dann gar nicht groß was anfangen, das heißt, es ist schon mal ganz gut zu schauen, habe ich eine Methylpobalamin oder sogar ein Adenosylpobalamin, in meiner Supplementen Schachtel drin oder habe ich eher das Synthetische, also grundsätzlich würde ich immer auf die oberen zwei plädieren und nicht unbedingt Cyanocobalamin nehmen, weil man weiß ja nie, ob man es tatsächlich gut umwandeln kann. Hier nochmal ein Hinweis, die Halbwertzeit für B12, also bis die Hälfte von B12 abgebaut wird, geht es zwischen 54 und 57 Tage, ich hatte ja vorhin gesagt, zwei bis fünf Jahre braucht es, bis man überhaupt mal Mangelerscheinung erkennt. Hier nochmal die Dossierempfehlung, ich finde das hier sehr niedrig, was die DGE angibt, ich würde mich eher auf Experten wie Prof. Schwichalski oder Dr. Gröber und Co. tatsächlich verlassen und mehr auch bei vegetarischen und veganen nehmen. Ein anders wichtiges Vitamin, dieses Prähormon Vitamin D3 auch genannt, das kann man zum Beispiel sehr gut überprüfen, diagnostisch betrachtet über das Calcidiol, also das Aktive und immer kombiniert mit dem freien und dem Vitamin D-bindenden Protein. Wenn wir jetzt nur das hier anschauen, also das Calcidiol, da sehen wir dennoch im grünen Bereich mit 115 und denken, ja, wir haben eine gute Versorgung, aber schlussendlich, weil wir sehr hoch extremiertes Vitamin D bindes Protein haben, haben wir insgesamt doch sehr wenig freies Vitamin D, was tatsächlich funktioniert. Ich habe das hier einfach mal aus einem Informationsblatt von der Firma Ganzimmun rausgenommen, also bitte, ich habe an dieser Stelle nur zu sagen, ich habe damit nichts zu tun mit der Firma, überhaupt gar nicht, aber ich finde es einen sehr wichtigen Hinweis, dass man tatsächlich nicht nur das Vitamin D2, Finsamilie Hydroxy überprüft, sondern tatsächlich das freie Vitamin D, weil nur dann weiß ich, ob ich wirklich im Mangel bin, was ich ja hier eindeutig sehe. Und es ist wichtig, dass wir auch Vitamin D, wenn wir es einmal geprüft haben und supplementieren müssen, es grundsätzlich auch mit den Kofaktoren zusammengeben, und hier zwei hingewiesen, ich selbst nehme das immer zusammen mit Vitamin A, wer sich natürlich viel mit Eigelb, also die egal ist nicht, aber die andere, oder mit Kürbis oder halt mit bunten Gemüse- und Obstsorten versorgt, kann hier ganz gut das über Beta-Carotin, also die Vorstumme von Vitamin A, das zuführen, denn man muss auch aufpassen, Vitamin A, das kann ja auch hochdosiert schädigend sein, aber man kann eben das über Beta-Carotin in Form von Nahrungsmittel aufnehmen. Denn Vitamin D, damit es wirklich wirken kann im Körper, braucht es auch Magnesium, es braucht Vitamin A, wie ich gerade gesagt habe, aber zum Beispiel auch Vitamin K2, es braucht das Calcium, es braucht Phosphor und Zink, das heißt genau die Dinge, die auch bei Veganern und Vegetariern, wie wir ganz zu Beginn gehört haben, im Mangel sein können und meistens auch im Mangel sind. Insbesondere haben wir dann Vitamin D3 Mangel, wenn wir nicht rausgehen, auch jetzt nicht im Sommer rausgehen, die meisten arbeiten ja daheim, weil jetzt im Sommer müssen wir zwischen 11 und 15 Uhr mindestens zwischen 10 und 20 Minuten gehen, nach Haupttyp, ganz, so gut die Oberflächen, alles leer, also praktisch alles ausgezogen, uns hinlegen und die Sonne tanken oder dann ab Mitte Oktober bis Ende März im Grunde nur noch über Supplemente Vitamin D zu uns führen. Und Sie sehen hier, Vitamin D nochmal als Erinnerung hat ganz viele Auswirkungen, insbesondere auf den Bluthochdruck, auf die Muskelatur, auf die Knochen, auf das Immunsystem, nämlich über Lymphozyten proliferation, Entzündungen und Allergien, Mineralhaushalt, bei oxidativen Stress ist es wichtig und auch bei Haut und Haaren. Wir haben auch gesagt, wir brauchen wichtige Sprudelmände, wir haben vorhin Kalzmyrwelen, Zink, Magnesium, wir haben hier ein wunderschönes Präparat, was ich selber auch täglich einnehme, welches eine Kalzumalge beinhaltet und zwar eine, die bis zu finalen Prozent Kalzum beinhaltet. Das Ganze hat über zweieinhalb verschiedene Spurenelemente und da wollte ich auch nochmal erwähnen, auch das Kupfer und das Chrom und das Silizum sind wichtig, weil wir das hier eigentlich auch zu wenig vorfinden, zum Teil bei Veganern. Das haben wir hier wunderbar drin. Auch hier nochmal darauf hingewiesen, das Eisen ist mikroverkapselt, damit es noch besser dem Körper zugeführt werden kann. Und wenn wir das regelmäßig nehmen, am besten morgens, mittags, abends, immer so ein kleines bisschen, ein kleiner halber Löffel oder einen großen Löffel einmal am Tag, dann sind Sie da schon mal sehr gut mit mineralen Spurelementen versorgt. Und zusätzlich können Sie sich auch aus allen Arten von Kohlsorten und Bohnen, aber auch Mandeln, Sesam, viel Zink zum Beispiel oder auch fermentiertes Soja für das gute Protein. Wir haben auch Mineralien, halbiges Wasser, was ausgewiesener Weise viel Kalium, 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 Magnesium, Kalium manchmal auch drin hat, aber auch zum Beispiel getrocknete Feigen und Datteln. Ein wichtiger anderer Aspekt ist die Jodversorgung, die natürlich, wenn ich jetzt keinen Fisch oder Fischprodukte esse, was ja bei Veganen der Fall ist und man sollte heute sagen sowieso keinen Fisch mehr essen, weil Schwermetall belastet, Plastik, Müll belastet und auch unter anderem relativ belastet sein kann, je nachdem woher er kommt, haben wir einfach eine Jodmangelversorgung und wirklich eine richtige Jodmangelversorgung. Das heißt, wir haben hier einen ganz wichtigen Bestandteil der Schilddrüse, Hormone, nämlich Dioxin-T3 und T4, also diese Umwandlung funktioniert dann nicht mehr, weil es ist Jod abhängig. Und entsprechend kann man hier auch erkennen, dass Jod eine andere Funktion hat. Es ist wieder wichtig für das Immunsystem, bei Entzündungen ist es wichtig, es ist wichtig als Antioxidant wiederum, ja, bei Entzündungen zum Beispiel oder bei nitrosativen und oxidativen Stress. Aber auch Cholesterin senken, wenn man zum Beispiel daran denkt, dass die, dass wir eigentlich immer übergewichtiger werden, ja. Hier auch wieder ein Tipp, es gibt zum Beispiel diese Sushi-Alge, die Sie alle kennen, wenn Sie von der zum Beispiel drei Blätter am Tag essen, also drei lange Sushi-Ringe zum Beispiel verzehren würden, dann liefert es eigentlich schon genügend an Jod pro Tag. aber da das nie 100% standardisiert ist und bei Jod man wirklich aufpassen muss, auch bezüglich ob man Schilddrüssen unter- oder Überfunktion hat, rate ich da immer erst mal auf Jod überprüfen zu lassen, in jedem Fall und natürlich auch die Schilddrüssen überprüfen zu lassen und auf jeden Fall über Jod-Supplemente mein Jod aufzufüllen und zum Beispiel aus der Kelp-Alde, die aus dem Meer stammt, die wir hier in der Kombination mit der Vorstufe von Tyroxin, nämlich das L-Tyrosin, diese Aminosäure, in der wunderbaren Zusammenstellung haben. Den Jodmangel, haben wir gesagt, ist einmal Mangel bei Vegetariern, es gibt aber auch Resorptionsstörungen, dass das Jod gar nicht richtig aufgenommen wird und natürlich je nachdem in welchem Zustand wir uns gerade befinden, brauchen wir auch mehr Jod in der Schwangerschaft oder in Wachstum zum Beispiel und wenn das nämlich nicht der Fall ist, dass die Schwangere genügend Jod hat, dann kann es zum Beispiel zu einem angeborenen Stoma kommen, dass man zu Fehlgeburten, zu Totgeburten oder zu Wachstumsstörungen kommen kann. Es kann sich eben auch ein typischer Knoten bilden, es kann sich in Zysten bilden, es kann zu Vergreifungen kommen und es kann später dann auch zu sogenannten autonomen Knoten kommen, gerade im Alter von 60, 70 geht das gerne mal los, wenn wir hier einen permanenten Jodmangel haben und wir haben natürlich in unserem Land tatsächlichen Jodmangel einfach auch durch, dadurch, dass wir sowohl Österreich als auch Deutschland als auch das Schweiz nicht am Meer liegen, muss man ja auch mal ganz klar sagen, das heißt, Jod kann man immer zuführen, aber bitte vorher überprüfen, wie die Werte sind. ja, und jetzt ein ganz wichtiger Aspekt, den ich ganz zu Beginn schon gesagt habe, wenn Sie sich nochmal an die Gehirnentwicklung zurückerinnern wollten, wo ich gesagt habe, dass allein unser Gehirn aus 60% aus der Dukohexaensäure, der DHA-Säure besteht, also mehr als die Hälfte unseres Gehirns besteht aus Fett, dann können Sie sich überlegen, wenn wir das nicht zusätzlich zu uns nehmen, weil wir ja keine Fische mehr essen sollten, wenn wir Vegetarier oder Veganer sind, sowieso keine Fische essen, sagen wir es im Pespa-Vegetarier, dann haben wir den absoluten Mangel, ja, und wenn wir den haben, den Mangel, dann kann es unser Gehirn nicht richtig ausbilden, und dann kann sich zum Beispiel auch die Myolinscheiden der Nerven ummanteln nicht richtig ausbilden, dann gibt es viele verschiedene Kompressionsausfälle, Leistungseinbußen, Entzündungen und so weiter und so fort, das heißt, wir haben hier auf jeden Fall eine Zufuhr von Omega-3 auch als Supplement zu machen und oder auch als Algenöl, weil das ist die Vorstufe im Grunde zu jedem Fischöl, der Fisch hat nur deswegen Omega-3, weil er natürlich Algen filtriert, sonst hätte er das ja auch nicht, interessant ist, dass das Algenöl viel mehr von dem DHA hat im Vergleich zum EPA, während das Fischöl mehr EPA hat, das mehr bei Entzündungen wirkt, als das DHA. Die Kombination ist am besten immer mit den Vitaminen, die fettlösig sind, zu nehmen, also ich würde immer kombiniert Omega-3 zum Beispiel mit ein bisschen Handel, mit ein bisschen Fischöl, mit ein bisschen Algenöl zusammenmischen und dann noch kurz ein Tröpfchen von Vitamin D dazu, wenn, es sei denn, wir sind jetzt im Sommer viel draußen, zwischen 11 und 15, dann brauchen sie es womöglich nicht, wenn sie aber viel drin sitzen auch im Sommer, dann sollten sie auf jeden Fall auch D, aber auch Vitamin E, K und A supplementieren, aber bitte immer, ich sage es hier nochmal an dieser Stelle, immer erstmal vorher überprüfen, bevor sie irgendwas supplementieren, weil wir wissen, wenn wir nochmal auf die Omega-3-Fettsäuren zurückgehen, haben wir hier auch eine ganz, ganz neue Studie von diesem Jahr, im April, dass wenn wir regelmäßig Omega-3-Fettsäuren in Form von DHA oder EPA und oder zu uns nehmen, dann haben wir einfach viel weniger kardiovaskuläre Erkrankungen, weniger Krebserkrankungen und andere Erkrankungen, ja und insgesamt sagt man hier, sind die Marien, also die aus Fischölen, haben sie hier überprüft, Omega-3-Fettsäuren mit einem viel geringeren Risiko für einen vorzeitigen Tod assoziiert, das ist doch schon mal eine tolle Aussage und das ist sehr neu. Hier nochmal für Sie zusammengestellt, weil vielleicht die Schwierigkeit ist, was brauche ich jetzt wirklich und ich brauche einerseits die einfach ungesättigten Fettsäuren, wie zum Beispiel die Ölsäure, die wir hier im Olivenöl in der Mediterranen Kost sehr schön haben, da haben wir bis zu 50% an Ölsäure, wir brauchen aber dann auch eben die nachfach ungesättigten Fettsäuren, hier insbesondere wie gerade eben erwähnt, die Omega-3-Fettsäuren und bitte hier nochmal ganz kurz darauf hingewiesen, es reicht absolut nicht und es gibt Studien, die sagen, dass die Alpha-Linolensäure aus dem Leinöl, Lein-Dotteröl ausreicht, überhaupt nicht, die Konversionsrate ist sehr gering zwischen 0,1 und 5% und die wiederum ist auch abhängig, hier schreibe ich es unten, von verschiedenen Co-Faktoren und die Umwandlung ist einfach viel zu gering, das heißt, Sie sollten auf jeden Fall natürlich schon auch Alper-Linolensäure zu sich nehmen, weil die auch wichtig ist für andere Stoffwechselprozesse, die finden wir zum Beispiel neben dem Leinsamen auch in Walnüssen und deren Öle, Sie sollten aber auf jeden Fall Omega-3 immer auch in Form von wie der Fischölkapseln, wie gerade gezeigt, oder von verschiedenen Ölen aus diesen Algen oder aus Fischen zu sich nehmen. Entsprechend Omega-6 ist auch wichtig, aber das wird meistens bis zu 20 Mal so viel zu sich genommen im Verhältnis zu 3, zu Omega-3 und eigentlich sollte man ein Verhältnis haben, Omega-6 zu Omega-3 von 3 zu 1, ich habe gesagt 20 zu 1, manchmal sogar 30 zu 1 hat man schon gemessen, was extrem fehlt ist, abgesehen von den ganzen Transfetten, die ja hier gar nicht aufgeführt sind, aber die sehr schlecht für uns sind und die Leidergotteskreiber Vegetariern, die gerne so, naja, sich so, wie Lacto-Vegetariern sich gerne so Pizzen reinziehen oder irgendwas mit erhitzten Ölen sich frittiert reinziehen, die haben halt einen ganz schlechten 100-3 Index normalerweise und auch noch einen hohen Konzentration an Transfetten, die wiederum sehr schlecht im Körper sind. Dann haben wir noch einen ganz wichtigen Punkt, wie ich am Anfang schon sagte, wir brauchen alle 8 essentiellen Aminosäuren, weil ohne Aminosäuren diese 8 können wir keine Immunzellen aufbauen, können wir keine Zellteilung von Schaden führen, wir können eigentlich, wir brauchen einfach Aminosäuren, um Proteine aufzubauen und was ich mal hier noch mal sagen wollte, ist ganz wichtig, dahingehend, dass essentielle Aminosäuren eigentlich nur verfügbar sind, wenn man sie tatsächlich gut verfügbar bis zu 100% passt, wenn man sie tatsächlich separat einnimmt und zwar in einer Kapselform, weil wenn man zum Beispiel das Hühnerei anschaut, dann haben wir hier nur 48% der eigentlichen Stickstoffverwertungsmöglichkeit, also nicht mal die Hälfte und wenn man zum Beispiel das, was ja viele Menschen zu sich nehmen, Weizenprotein, also Molkenprotein oder Sojaprotein oder Milchprotein, dieses Casein, was ja abgesehen davon sehr viel Immun, Autoimmungeschehnissen führen kann, dann haben wir eine sehr schlechte Proteinzufuhr oder beziehungsweise eine schlechte Netto-Stickstoffverbrauch oder Utilisation, also das heißt, es ist auch nicht dahingehend damit genügend, dass man sagt, wir haben eine hohe Bio-Verfügbarkeit, sondern wir müssen schauen, haben wir die Aminosäule, da haben wir wirklich Protein, der Protein selber muss ja auch was wieder abgebaut werden, die Aminosäule. Wir haben hier das Amino-8 und wir haben hier tatsächlich einen sehr, sehr hohen verfügbaren Stickstoffbeitrag. Je höher dieser NNU-Wert ist, desto höher ist die Verwertbarkeit der Aminosäuren in unseren Nahrungsproteinen beziehungsweise in Alberskonzentraten, ich meine, wer also als Shakes zu sich nimmt. Hier nochmal ein Überblick von guten veganen Proteinquellen, ja, also wer auch zum Beispiel keine Molke zu sich nimmt, das Beste tatsächlich ist das von Sojabohnen, ich persönlich bin absolut kein Fan von Soja, wenn überhaupt, so dann nur in einer fermentierten Form, nämlich als Tempeh oder Natto, aber nichtsdestotrotz haben wir hier ein guter Proteinzufohl, wir haben hier auch viel Eisen mit drin, aber bitte immer in einer fermentierten Form, damit das die Phytinsäure abgebaut wird und auch das Eisen und auch das Eiweiß aufgenommen werden kann. Das Erbsenprotein an sich ist auch ein sehr gutes Protein, was ich hier gar nicht aufgeführt hatte als Bild, aber das kommt mittlerweile immer mehr, es gibt auch die Erbsenbörber mittlerweile, die sehr lecker sind, das hat einen sehr guten Anteil an den wichtigen Aminosäuren, Agilin, Lysin, Leucin, Isoleucin und Valin, und ich sage immer am besten von allem etwas am Tag, damit wir alle möglichen Aminosäuren auch abgedeckt haben, also zum Beispiel kann man Handmehl nehmen, man kann Kürbiskernmehl nehmen, man kann Sonnenblumenmehl mittlerweile nehmen, man kann auch Bohlenmehl nehmen oder Kichererbsenmehl und kann daraus zum Beispiel seine Burger machen. Das heißt, noch mal zusammengefasst, eine sinnvolle Untersuchung des Blutes bei Vegetariern ist das Vitamin D im Blut, das Hohetranspobalamin haben wir gesagt, das Eisen im Blut, das Jod im Urin, Selen im Blut, hier noch mal die Werte angegeben, die Spichalski und Co. vorschlagen. Eine sinnvolle Tagesdosierung für Veganer oder Vegetarier oder mehr oder weniger für Vegetarier eigentlich hier und die Veganer können sich dem anschließen, sind hier noch mal aufgeführt, da kennen Sie mit Sicherheit auch bei Vitamin D mit Sicherheit auch höhere Einheiten, je nachdem, ob Sie noch irgendwelche polnischen Erkrankungen zum Beispiel haben, trotz Vegetarismus sollten Sie hier natürlich auch entsprechend noch mal höher gehen, das muss man eben alles überprüfen. Bei den Omega-3-Fettsäuren sage ich bis zu 2 Gramm, also ich würde hier viel höher gehen, nicht nur 700 Milligramm, sondern wirklich 2 Gramm inklusive DHA und EPA. Für die Sportler unter uns sollte man tatsächlich auch L-Kanitin auch als Supplement begreifen, auch wenn es der Körper selber herstellen kann und das Kreatinin ebenso, weil die bringen Energie. Ja, L-Kanitin ist nämlich tatsächlich bei der Hälfte der Veganer zu wenig, ja, das hat man in verschiedenen Studien beobachten können und entsprechend hat man hier auch eine viel geringere Energiegewinnung aus den Fettsäuren, weil L-Kanitin ist unser Carrier, der das Fett im Grunde in die Zellen bringt und dementsprechend, wenn wir zu wenig von L-Kanitin haben, dann versackt das Fett irgendwo, ob das jetzt in Muskulatur ist oder ob das jetzt in der Leber bleibt, auf jeden Fall, wenn man vegan sich ernährt und außerdem deswegen auch noch Sport macht und eben entsprechend mehr L-Kanitin auch braucht, dann sollte man wirklich überprüfen, ob man das gegebenenfalls unterstützt als Supplement gibt, bitte hier aber auch immer nochmal nachprüfen. Es gibt es in Pflanzen als auch in Tieren, am besten aber eben tatsächlich aus tierischer Herkunft verfügbar, genau wie auch das Eisen, genau wie auch das Tink. Oder man achtet darauf, dass man eben sehr gut sich mit Lysine Methionin, mit den Vorstufen dieses L-Kanitins, diesen beiden Aminosäuren und deren Co-Faktoren hier versorgt, dann hat man hier auch eine gute L-Kanitin Produktion eigener Synthese. Entsprechend nehmen Vegetarier viel weniger auf am Tag, weil sie ja eben das aus Nahrungsmitteln und Pflanzenherkunft machen müssen im Vergleich zum Mischbössland. Wir haben fast zehnmal so viel dieses aufnehmen können. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, L-Kanitin ist unser Energieausbeuter aus Fetten, also wenn Fette nicht verbrannt werden können, weil L-Kanitin der Carrier fehlt, kommt es zu einer schnellen Ermüdung, schnellen Erschöpfung und einer Letarie. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Hinweis, wenn man jemanden vor sich hat, der zum Beispiel darüber klagt. Aber auch Muskelerkrankungen, schnelle Muskelkrämpfe, Herzmuskelschwächen können darauf hinweisen. Hirnfunktionsstörungen und Wahrnehmungsstörungen und das Denken ist beeinträchtigt. Auch das kann darauf hinweisen. Aber eben auch eine vergrößerte Leber, zum Beispiel aufgrund einer Fettleber und damit meine ich jetzt nicht die alkoholische, sondern eher die nicht-alkoholische Fettleber. aber auch Entwicklungsstörungen bei Kindern, wenn die Mutter sich schon entsprechend vegetarisch, vegan ernährt hat. Es kann zu ganz schnellen Unterzuckerungen kommen, es kann zu einem Blutdruckabfall kommen und zu einer gesteigerten Infektanfälligkeit. Bitte hier aber, wenn Sie sowas einnehmen sollten, auch wieder überprüfen, weil L-Canitin kann bei Blasen und Prostatakrebs auch kontraindiziert sein, also nicht kann, sondern es ist kontraindiziert und man muss einfach hier schauen, das bezieht sich immer auf gesunde Menschen. Wenn man das zusammenfasst, habe ich folgende Ernährungstipps für Sie. Schauen Sie darauf, wenn Sie sich vegetarisch oder vegan ernähren oder wenn Sie solche Kunden haben, ob es nicht auch angereicherte Lebensmittel gibt, ob es zum Beispiel auch, was weiß ich, Zahnpasta oder sonstige Zusatzmittel gibt, wie man sich supplementierend etwas zufügen kann oder ob Sie nicht wirklich auf Supplementierung zurückgreifen, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, jederzeit. Achten Sie darauf, dass wenn Sie die Nahrungsmittel zubereiten, dass Sie zum Beispiel Samen ankeimen lassen, dann wird schon mal viel für Tart abgebaut oder zum Beispiel, wenn Sie sich ein eigenes Sauerteigbrot machen wollen, jetzt bitte nicht aus Getreide, weil Getreide hat wieder andere negative Aspekte, sondern aus Zäugelgetreide oder aus zum Beispiel Proteinmehl, dann machen Sie es mit Sauerteig, weil auch Sauerteig tatsächlich die Fertinsäure abbauen kann, lassen Sie es ankeimen, lassen Sie es einweichen, aufquellen, zum Beispiel auch Nüsse sind gut und besser verstoffwechselbar, wenn sie eingeweiht werden über Nacht oder wenigstens für Stunden, dann schauen Sie, dass Sie die fettlöslichen Vitamine, also Vitamin A, D, E und K grundsätzlich immer mit fetthaltigem Essen zu sich nehmen, wenn Sie die jetzt supplementieren wollten oder dass, wenn Sie sich zum Beispiel in Saft machen aus Karotten und aus Rote Beete oder anderen bunten Gemüsen, dass Sie da immer noch einen Schuss gutes Olivenöl dazu machen oder Hanföl oder auch ein Algenöl, so mache ich das immer, ich mache eigentlich von allem ein bisschen dazu, damit da die dort gelösten fettlöslichen Vitamine auch noch besser aufgenommen werden können in den Zellen wirklich auch ankommen und achten Sie darauf, dass wenn Sie jetzt zum Beispiel Eisenpräparate zu sich nehmen, dass Sie die immer mit einem Orangensaft zu sich nehmen oder zum Beispiel mit einem Lauerkrautsaft irgendwo, wo was angesäuert, wo schon Vitamin C mit drin geinhaltet ist und das am besten die Kombination immer Eisen mit einem Multivitamin-Präparat, weil da haben wir auch die anderen Hohenzimmer wie zum Beispiel B2 und Kupfer mit dabei, die die Eisenaufnahme dann nochmal zu sich zum Vitamin C verstärken. Jod per Jodsalz mit Fragezeichen, ich habe sowohl als auch gehört im Sinne von eigentlich ist ein Jod ein Halogen und ist sehr schnell verpufft, das heißt ein Jodsalz, was da täglich auf dem Tisch steht, hat eigentlich kein Jod mehr drin, sondern mehr Salz als Jod. Ich würde das absolut nicht machen, ehrlich gesagt, würde ich supplementieren Jod oder und in Form von Meeresalgen nehmen. Ich hatte vorhin die Kälbeige als Supplement genannt, es gibt aber auch die Nori-Alge, die wir eben im Sushi kennen oder auch die Stose-Alge, aber hier müssen Sie bitte auch immer darauf achten, dass sie diese Produkte sind natürliche Herkunft, das heißt, die schwanken auch von ihrem Jod, von der Jodkonzentration. Also wenn jemand in Schilddosen Überfunk oder Unterfunk wirkt, da würde ich wirklich nur über Supplemente gehen und die auch wirklich regelmäßig überprüfen lassen. Und ja, das ist eigentlich am wichtigsten. Grundsätzlich mein Fazit ist, dass die Studienergebnisse und der Einfluss der Bioverfügbarkeit zeigen, dass eine regelmäßige Überwachung des Mikronährstoffes tatsächlich wichtig ist, sowohl bei Vegetariern ist eigentlich unabdingbar, dass man die auch mit Supplementen immer versorgt, denn nur so können die physiologischen Stoffwechselprozesse bei pflanzlicher Ernährung aufrechterhalten werden, also ganz insbesondere auch bei Müttern, bei Schwangeren, bei Stillenden und bei Kindern, Heranwachsenden, die sollten tatsächlich meiner Meinung nach, weil die Gesamtversorgung eigentlich, wie Sie gesehen haben, schon mal sehr schlecht ist, grundsätzlich auch bei denen noch Supplemente zuführen. Und eine Vollbilddiagnostik kann eben beginne Nährstoffverarmung frühzeitig aufdecken, sie sollte also regelmäßig durchgeführt werden, je nachdem bei Schwangeren vielleicht ein bisschen engmaschiger, gerade wenn sie Veganer sind, auf jeden Fall, auch vegetarische Schwangere auf jeden Fall engmaschiger überprüfen, ansonsten würde reichen ungefähr einmal im Jahr. Ich habe hier noch die neuen Bücher von Professor Keller, der ja dieses Institut für Alternative Ernährung aufgemacht hat und als einziger Professor, der sozusagen auch viel im Bereich Kinder forscht. Als Empfehlung mal angefügt, ich bin erstaunt, dass es so einen Lehrstuhl mittlerweile gibt. Das zeigt ja auch da, dass wir eigentlich ja, die Tendenz tatsächlich zu veganen und vegetarischen Kost immer stärker wird. Gott sei Dank auch gut unsere CO2-Emissionen natürlich, aber wir müssen wirklich sehr drauf achten, dass wir uns sehr, sehr ausgewogen und sehr, sehr bunt und vor allen Dingen sehr, sehr frisch ernähren, weil es bringt mir nichts, alles zu verkochen und also nur Nahrungsmittel in Form von Gemüse und Getreide zu nehmen, weil viele Mineralien, also nicht Mineralien, viele Vitamine sind natürlich auf Hitze instabil und man muss sich schon sehr gut auskennen, wenn man mit einer rein veganen Ernährung wirklich sich so versorgen möchte, dass man auf Supplemente verzichtet. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, dass gerade Veganer absolut nicht auf Supplementierung zumindest von B12, zumindest von Eisen, zumindest von Omega-3-Fett verzichten können, Vegetarier ebenso wenig, die sind ein bisschen besser in der Mikronährstoff Aufstellung, aber grundsätzlich geht es, bevor Sie sich entscheiden, zum Beispiel zu Vegetariern zu werden oder zu Vegan zu werden, will ich mal zu prüfen, wie ist momentan die Mineralstoff Versorgung, wie ist die Vitaminversorgung, wie ist die Omega-3-Versorgung und dann nach entsprechend sich gut informieren, es gibt sehr, sehr viele gute Bücher da draußen, auch was Sie hier zusammen kombinieren können, damit Sie viel gutes Protein, die essentiellen Aminosäuren zu sich führen, all dieses ist wirklich wichtig, damit Sie sich gut und rundum ausreichend versorgen können, mit den Erstoffen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie bis jetzt zugehört haben, hoffe, dass jetzt noch paar interessante Fragen kommen, wenn nicht, dann sage ich hier mal vorab schon mal einen schönen Sommer, weil wir gehen jetzt mal für einmal in die Sommerpause, der August wird glaube ich jetzt erstmal kein Webinar stattfinden und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen alle mal einen wunderschönen sonnigen Sommer, hoffentlich ohne wenig nur sehr wenigen Regengüssen, wie es jetzt bislang der Fall war und bleiben Sie gesund und jetzt freut mich noch auf Ihre Frage, für diejenigen, die noch vorbeibleiben möchten. So, liebe Doreen, bist du eingeschaltet? Ja. Hallo. Die Frau hat früher schon geschrieben, wie weiß man, ob der Magenfizzol aufnehmen kann? Ich habe kein Wort verstanden, bitte nochmal deutlicher, bitte. Wie weiß man, ob der Magen B12 aufnehmen kann? Ja, habe ich ja vorhin gezeigt, B12 kann man überprüfen über das Holotransfobalamin, über Homosystem Stoffwechsel, also die drei verschiedenen Parameter muss man erstmal überprüfen und dann muss man schauen, ob man tatsächlich einen Magen geschwürt, das kann man auch gastrointroskopisch, man müsste da, bitte ich mal eine Endoskopie machen, wenn man Sodbrennen zum Beispiel hat oder wenn man mal auf dem Helicobacter schon mal nachgewiesen worden war, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Magenschleimhaut nicht richtig gut den Intrinsikfaktor produzieren kann, hoch und im Endeffekt müsste man zum Gastroenterologen das mal abklären lassen und auf jeden Fall sollte man schauen, wenn man jetzt mal B supplementiert oral und zwar so wie ich angegeben habe, zum Beispiel ein Militam pro Tag viermal über vier Wochen hinweg, ob sich dann das erhöht, weil wenn sich das nicht erhöht, das B12, dann kann sein, dass tatsächlich die Magenschleimhaut das nicht aufnehmen kann. Und wenn man dann das parenteral über intramuskulär zum Beispiel gibt, sich das dann erhöht, dann weiß man, okay, die Haut kann es aufnehmen oder der Muskel kann es aufnehmen, es kommt in den Körper und es kann es tatsächlich am Magen liegen. Ich glaube, das war damit beantwortet. Dann hat die Frau Bink noch die Frage gestellt, müssen Erbsen nicht gekocht werden? Die Erbsen, ob die gekocht werden müssen? Ja. Nee, also Erbsen müssen nicht gekocht werden, also die Erbsen, es gibt ja die Schoten, die Schoten an sich, wenn sie noch ganz jung sind, leicht angünsten oder leicht erhitzen, ja, das ist richtig, die Erbsen an sich können sie ganz frisch essen, es schmeckt herrlich und es ist super gesund. Was Sie, glaube ich, meinten, sind zum Beispiel Bohnen, Bohnen müssen sie immer kochen, Bohnen, vor allem die Saubohnen, die sind giftig, die haben Giftstoffe drin, die werden erst durch die Erhitzung abgebaut, aber Erbsen können sie frisch essen, definitiv, sowohl die Schote als auch die einzelnen Samen, können wir die Folien kriegen? Ja, also, wenn Sie das mögen, wenn Sie die gerne haben, dann können Sie mich bitte gerne einfach anschreiben, Sie sehen hier meine E-Mail-Adresse oder Sie fragen die Doreen, Doreen, oder? Machen wir das. na, ich kann einfach gleich, ich habe von der Frau Pinke eh die E-Mail-Adresse und ich kann das dann morgen der Frau Pinke schicken. Ja, genau, so machen wir das. So machen wir das, genau. Dann stelle ich noch die Umfrage hinein. Sehr gerne, also in diesem Sinne, einen schönen Abend an alle und einen schönen Sommer. Bis bald. Danke, tschüss. 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 Vielen Dank.